SHOTFLOW und dafür möchte ich euch allen Danke sagen für euren Support. Eine Sendung steht im Jahr 2007 vor der Tür und zwar die Sendung mit dem Sportreporter Walter Scheibli. Am 29. Dezember 2017 wird sie auf iTunes, Spotify, TuneIn oder auf meiner Webseite erscheinen. Auch möchte ich euch ein weiteres Format vorstellen und zwar das hier. SHOTFLOW Kurz und knackig wird im Format SHOTFLOW den jeweiligen Gast, den ich hatte, kurz ein paar Tricks und Tipps geben, wie er sich im Flow hält, welches Buch er empfehlen kann, was seine Morgenroutine ist oder was er einfach macht, wenn er einen schlechten Tag hatte. Das Format werde ich auch im Dezember noch aufschalten und zwar voraussichtlich am 27. Dezember dort die erste Sendung mit Elian Zimmermann. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank für die tollen und positiven Feedback und Inputs, eure Likes und Comments und ganz, ganz schöne Weihnachten euch alle zusammen. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten, bleibt im Flow und vor allem streitet nicht, sondern sind euch einfach nur dankbar für den Moment, wo wir mit der Familie und den Liebsten die Zeit verbringen. Schöne Weihnachten zusammen und bis bald. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just flow. Not MGF . Vielen Dank.